yo leute und damit ein herzliches willkommen zu einer weiteren folge brawl stars hier auf dem kanal und ja leute heute ist es soweit wir können uns einfach mal den nach mecha crow im shop kaufen ich habe lange überlegt welchen skin ich mir kaufen will für 10.000 star punkte und jetzt habe ich mich entschieden und zwar nehme ich den nach mecha crow so das letzte mal dass ich dieses bild hier sehe wir kaufen ihn in 3 2 1 und go oh mein gott let's go und da ist er wir haben einfach nach mecha crow ich habe so lange gespart auf den es hat so lange gedauert und jetzt habe ich ihn endlich wir können ihn direkt spielen ich wähle ihn mal aus crow ist auch so ziemlich mein lieblings brawler und ich spiele jetzt meine erste runde mit nach mecha crow mal gucken wie es sein wird ich feier diesen skin abnormal und wissen im ersten game der sieht schon heftig aus mein gott erst so heftig schon allein sein gift ist so weiß glitzer diese pfeile und alles ist auch mein einziger skin bisher weil ich bin ja free to play und ich freue mich auch schon aufs neue update allerdings hoffe ich dass dieser es soll sonn pass ins spiel kommen wo man brawler rauskriegt der richtig selten ist den kann man auch so ziehen und zwar hoffe ich dass man den auch irgendwie kostenlos gescheit kriegen kann deswegen weil ich ja free to play bin und das wäre schon wichtig okay bisher sieht die runde ganz gut aus den sieben cubes kritik respond aber das sollte kein problem sein und let's go mit meiner ulti gadget habe ich gar nicht gebraucht erste runde mit crow gewonnen also mit dem neuen skin können gleich noch mal spielen ich habe auch vor crow dieses season auf 650 trophäen zu spielen vielleicht mache ich ja sogar ein video dazu ja groß trotzdem weg wo ich bin gestorben durch den streuschern es war ziemlich mies dass mein teammate gerade davor gelaufen ist und penny geschossen hat aber sollten wir vielleicht schon ein gewünschtes wenn denn denke denke ich mal das wird um ich weiß nicht vielleicht können wir es auch nicht gewinnen die anderen haben zehn clubs und das noch im team ich weiß nicht wie viel cubes die haben aber das gehen ist so aber so langsam habe ich meine ulti ja die sind da drin ok crow respond habe ich na da waren leon den habe ich natürlich nicht sehen können der hat sich nicht mehr bewegt aber ich respawn noch vier teams am lieben ich habe auch noch ein gadget übrig na jetzt versuchen die uns zu treffen ist natürlich nicht so nice wir gehen mal nach oben ah nee konnten wir nichts machen da hatten wir keine chance wir es werden leider vierter haben chrome bisschen gepusht ich finde auf jeden fall den skin mega heftig vielen dank fürs zuschauen lassen like und abo da und ciao